Eintritt frei! Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine blöde Idee, mit dem Auto reinzufahren. Kannst du was sehen? Nein. Er ist blind. Jetzt zumindest. Ah! Scheiße! Ich kann mich nicht bewegen! Das wird schon wieder! Wo ist der Arzt? Das wird nicht wieder. Ich glaube, es hackt. Äh... Ich war das nicht. Ja, ich bin nicht! Scheiße! Sanitäter! Hinterhalb! Aufpaff! Oh! Scheiße! Sanitäter! Hinterhalb! Aufpaff! Aaaaah! 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 Oh, toll. Oh. Oh, toll. Ja. Wo? Was? Wo? Sag mir, wo? Wo bist du? Gräbe. Da. Soll ich euch beobachten? Ja, schön, wenn ich euch beobachten könnte. Wo ich zumindest sehen könnte. Okay, an dem Haus. Da hat denn hier keiner ein schönes Gewehr. Nur die Schrotflin. Na ja, das sah. So, das war glaube ich auf dem... Ne, an diesem Ende da schon. Hallo? Jemand da? Und das ist der Generator, den muss ich zerstören. Also gehe ich jetzt mal von aus, dass ich den zerstören musste. Ich vergesse gleich, ähm... ...dass ich in irgendeinem nach vorne die Molotows werfe. Ich bleibe bei der Handkriebe. So. Keiner was wollen. Wir haben's geschafft. Ich kann es sehen. Ich fang jetzt an. Hallo. 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 Hättest du nicht warten können? Hättest du nicht warten können? Moment mal. Wurde abgeschossen. Braucht Ihre Hilfe. Wo ist er denn gelandet? Nicht mehr hier. War ja klar. Geh weg. Hier. Oh. Ich wollte gerade sagen Fager-Namen Das hier Okay Keine Muni? Weg hier Das ist doof Ich helfe dir sinken Ja, wo bist du denn? Ich habe jetzt nicht verarschen Am Leben Ja Wo ist er denn? Bin ich blind? Ich kapier's nicht So, der ist auch weg Oh oh Ich kann wieder Medizin Von der Medizin her was machen Also der ist am Leben Okay Gut, ja Dann ignoriere ich den jetzt einfach Weil hier sehe ich ihn jetzt nirgends Ich durfte jetzt einfach nochmal gucken Wie die Abschlussstelle aussieht Ich finde das ja unglaublich toll Ich finde das ja unglaublich toll Ich finde das doof, dass die Waffenläden anscheinend keine Queste machen Achso Tschüss Schade Das geht wohl nicht Aber ich meine hier liegt schon einer drin Aber weißt du was Nee, dann renne ich zur Bushaltestelle Das kriege ich auch noch hin Eine Bushaltestelle steht ja bestimmt Ach siehs, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst Äh, womit mein Unterschlupf verbessert wurde Verdammt Mist So Dann bin ich jetzt auch an der Bushaltestelle Und dann steht doch bestimmt irgendwo ein Auto Na siehste So, zack Und weiter So Ich muss jetzt die längere Strecke Noch, noch ist es dieselbe Okay Weißt du was, ich war hier lang They were Das ist es Und dann geht's jewel Und dann geht's Huh Dieser Welche Diese ist es Das Blöde ist, ich muss eh wieder zurück. Hat der keine normalen Waffen dabei? Toll. Eine große Runde. So, hier gibt's was zu tun, hab ich gehört. Hat mir mal ein Radar erzählt. Oha. Das hab ich schon befürchtet. Pass auf, es wird gekämpft. Das war so. Oha. Moment. Da war richtig. Äh, nee, da nicht. Hä. Oha. 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 Ich passe da durch. Da nicht. Hallo? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, also ich passe auch vorwärts durch. Frechdachs. Los, komm her! Ich bin getroffen! Kacke! Wo ist denn jetzt noch einer? Scheiße, Sanitäter! Nichts mehr, Sanitäter. Irgendeine Hand gerade hat geschmissen, oder was? So, also ich denke mal, ich muss hier hin. Ja. Scheiße, ich weiß. Wer, wo wär's? Wer da war? Einfach können überall sein. Scheiße, die Bitterfaktik! Scheiße, ihr könnt überall sein. Ich hab's nicht so rein. Nein. Okay, die hier waren nicht ganz so gut organisiert. Das letzte Mal. Okay, ich hab ein paar Pässe. Das ist doch schmuck. Hallo. Jede Geschichte ist anders. Einige sagen, sie durchsuchen die Dörfer westlich des Flusses. Bei anderen sind sie direkt zur Grenze unterwegs. Mindestens eine unserer Zellen wurde entdeckt. Nächsten? Quam es vielleicht? Oh Gott. Oh Gott. Ja. Vielen Dank. Diese Männer sind die Pest. Aber sie sind nicht wegen uns hier. Haben sie die Transitpapiere? Was sie brauchen, finden sie da hinten. Ich kenne sie. Ich habe Medikamente für sie. Aber zuerst brauche ich die Peste für meine Familie. Ich hoffe, sie verstehen das. Natürlich. Klar, kein Ding. Sie haben meine Familie gerettet. Well. Genau. Danke. Irgendwie. Danke, danke, danke. Danke, Sir. Ich danke. So. Nun haben wir das. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder gucken, gell? Aha. Es ist mal wieder jemand bei Mike. Jo. Gut. Ich würde mal sagen, wieder Bus fahren, wa? Mal wieder. Ich würde ja den Truck hier fahren, aber... Nee. Da komme ich ja erst recht nicht weit. Oh. Tja. Schade. So. Hör auf! Sieh mal! Häng dich mal! Ich sauber auf, du hörde! Joa, sack du! Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Wo kam der jetzt auf einmal her? Gerade als ich eingestiegen bin. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reicht's aber. Schluss mit lustig. So. Ich muss. Wohin? Um zur Busseitestelle zu kommen. Fahr ich hier quer weiter? Nein. Das ist gut. Ich wollte gerade sagen, er sah stabil aus. Nee. Lieber hier. Hallo! 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 Ich würde... so... ... Er fällt auch gerade auf. Ich habe schon lange keinen Anfall mehr gehabt. Naja, wenn, dann habe ich jetzt auf jeden Fall wieder eine neue Packung Tabellen. Passt schon. Jawoll, komm. Wir können es ja. So, jetzt bin ich in Parler. Wir hatten hier eine Quest. Schon wieder die? Ja gut, komm. Obwohl, nein. Nein. Fangen wir erstmal kurz zu Mike. Das heißt, es ist definitiv mal wieder falsch. Gleich kommt wieder die Sprungschanze. Ah, das ist wirklich ein bisschen zuhör. Okay, jetzt raus zu Lippen. Ich bin auch nicht so gut. Ich bin auch nicht so gut. Ich kann mir ja vielleicht einen neuen Gefolgsmal heranzüchten. Deswegen dachte ich mir, komm, gehst du mal hier rein, guckst du mal vorbei. Ach, der. Und der Sing. Aber du hast bestimmt was. Nicht? Lange nicht gesehen. Du hast mir einen Gefallen. Klar, Marty. Komm. Ich suche einen, der in der Klinik ein paar Medikamente vernichtet. Hast du Zeit? Medikamente vernichten? Der Arzt hat mir diese Salbe verkauft. Sie sollte gegen meinen Ausschlag helfen. Weißt du was? Einen Scheiß hat sie. Der Typ ist der letzte Dreck. Er hat sein Zeug in der Kiste bei seinem Schreibtisch. Was sagst du? Perfekt. Jetzt muss ich mich um diese scheiß Pickel kümmern. Pass auf, die Mädels hier sind nicht sauber. Aha. Ciao. Ciao. Hier draußen trifft man immer wieder die Selten. Ja. Es sei denn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis irgendwann der Kopf abfällt. Es sei denn, wie gesagt, die sterben. Dann trifft man sie nicht mehr. So. Ich werde mich aber nochmal etwas neuer ausrüsten. So. Ja, komm. Von den schweren Waffen habe ich noch gar nichts, ne? Ne. Hehe. Okay. Ja, super. Okay, äh... Ja, wo muss ich denn da hin? Wo, wo muss ich denn da hin? Aha. Wollt ihr nochmal. Na ja. Also, jetzt machen wir wieder nach Parla. Schön vorsichtig fahren. Das Auto muss jetzt ein bisschen länger halten. Also, ja, da bin ich richtig still. Wahrscheinlich muss ich da lang, wo die Bussehle stelle ist, gell? Äh, ja, vielleicht. Alles Idioten. Ja, dann fahre ich durchs Cockfight. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, ja, okay. Dann tun wir das eben. Ne, jetzt geht's nicht so, dass wir es nicht mehr so haben. Das ist nicht mehr so. Ja, das ist nicht mehr so. Ist da nichts los? Ach, das kommt ja erst noch. Mal fragen. Ein bisschen Muni sparen hier. Naja, komm. Gehen wir nochmal kurz um. Hier wird doch bestimmt auch noch mein Wandskasten hängen. Oh nein, verdammt. Ja, da. Der hängt zwar nicht, er liegt da, aber... Nehme ich trotzdem mit. Und ich habe noch einen zweiten gesehen. Also ich dachte, ich hätte einen zweiten gesehen. Ich bin nur vorsichtig. Gute. Bedeut war.